Du kannst einen auch immer aus dem Bett scheuchen, du Mann ey! Katze, Katze, wir können doch gerade noch schnell ein Video drehen, oder? Klar, schnell! Wir sind von der schnellen Slotte. Da sind wir schon wieder! Da sind wir schon wieder! Guten Morgen! Heute ist Freitag. Ich weiß, ich nerve ein bisschen, aber ich habe so furchtbar viele Ware. Und ich muss hier euch einfach zeigen, bevor schon wieder alles weg ist. Nachdem wir Mittwoch schon grün hatten, grün, grün, grün sind alle meine Kleider, sind heute alle Kleider blau. Ihr habt es wahrscheinlich schon erahnen können, wir hatten es hier, aber das Video wurde zu lang, deshalb haben wir gesagt, komm, wir schießen noch mal eins hinterher, machen wir halt Freitag noch eins, mein Gott, was soll's! Was kostet die Welt? Wir haben jetzt so lange keine Videos gedreht, wir sind jetzt wirklich so enthaltsam gewesen, wir müssen jetzt einen reinknallen und es gibt heute noch ein Video. Heute haben wir Freitag, heute ist alles blau. Ihr macht nicht blau, sondern ihr tragt einfach blau. Hier haben wir schon mal unsere schönen beiden Taschen in blau mit passenden Bändern und dann kommt hier dieser tolle Pulli, der euch am Mittwoch so gut gefallen hat, der ein bisschen wärmer war. Ein schöner, kurzer für die Zarten von euch. haben wir, ups, nicht nur in den Gelb- und Grün-Tönen, meine Friese, so, sondern auch in diesem wunderschönen Himmelblau. Auch so eine richtig schöne Farbe, die trotzdem, dass sie ja eigentlich sehr zart ist, trotzdem finde ich im Moment auch so einen Wham-Faktor hat. Ihr seht hier oben unseren tollen Hoodie mit dem coolen Totenkopf, das ist schon so ein Hingucker. Und wenn ihr den jetzt schon anhabt, dann sagt jeder, wow, hast du den neu? Ja, na klar, was denkt ihr denn? Von der Meda neue Ware, dann haben wir auch alles neu. Also hier ist ein richtig schöner Kuschelpullover nochmal mit diesem wunderschönen Stehkragen hier. Eine schöne kurze Form, auch was für Kleine von euch. Und ihr solltet auch nicht zu viel Bonusmaterial haben, das passt hier leider nicht rein. Also was für die Zarten unter euch. Und wer jetzt nicht ganz so zart ist, für den haben wir natürlich auch noch diese tolle Hose. Die ist zwar auch für die Zarten unter euch, die geht ja von bis. Und dann gibt es das, wieso drehe ich immer ein Bein hier? Moment, so viel Zeit muss sein. So, jetzt hänge ich hier schon mit fest, alles gut. Hier unsere coole Jogpants nochmal in einem wunderschönen Muster. Dieses Jahr gibt es richtig coole Muster auch wieder für die Jogpants. Also wir sind da immer noch richtig auf dem Schiff, wenn euch die Jogpants gefallen. Diese super bequemen Hosen, die gibt es in vielen Farben, kommt einfach vorbei und guckt sie euch an. Und hier haben wir jemanden, das hatte ich euch am Mittwoch auch schon vorgestellt, dieses wunderschöne Shirt mit dem Feinkort vorne und dem langen Arm, hier ist er auch wieder aufgekrempelt und hinten in der Shirtware mit passendem Kettchen dazu. Ist eine süße Kombi, oder? Ich finde es ganz niedlich, euch gefällt es hoffentlich auch. Und wenn, dann kommt einfach vorbei. Dies ist Himmelblau und dann gibt es in Himmelblau noch was. Unser Geburtstagspulli, den gibt es natürlich auch in dem schönen Blau. Und ihr seht, ihr müsst es nicht nur zur Jeans tragen oder vielleicht auch zu unseren coolen weißen Hosen. Hier haben wir nochmal diese coole Five Pocket Hose in weiß, die natürlich sich jetzt zu allen Farben anbietet. Sieht auch richtig klasse aus hier mit diesem hellblauen Pulli. Und das ist eine richtig schöne Sache, aber es geht genauso gut auch mit dem Bund. Da könnt ihr euch frei entscheiden. Eine Jeans könnt ihr euch sicherlich dazu vorstellen. Die würde natürlich sicherlich auch passen. Aber so ist das schon so eine nette Geschichte. Passend mit unseren Taschen. Ihr seid tiptop angezogen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Du hast noch einen vergessen. Wen habe ich vergessen? Über dir. Den habe ich doch schon erwähnt. Den habe ich schon erwähnt. Hast du dir aufgepasst? Ne, klar. Also ihr habt aufgepasst. Wir sehen uns Sonntag. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.